Die Wurzel allen Übels Es ist uns gelungen, das Piratennest auf dem Atoll vor der Hauptinsel auszuräuchern. Ihre Fähigkeiten im Schiffbau und ihr seefahrerisches Können überstiegen unsere kühnsten Erwartungen. Nachdem wir die Piraten endlich geschlagen hatten, waren wir uns sicher, die Brutstätten des dunklen Volkes auf der Hauptinsel hinter dem Atoll zu finden. Doch wir fanden nichts. Ein paar Tage später jagte ein gewaltiger Sturm über das Meer und die beiden Inseln, sodass jegliche Bewegung an Land oder auf See unmöglich wurde. Allein der schützenden Hand des Sonnengottes ist es zu verdanken, dass wir nicht alle unsere Schiffe verloren haben. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Wikinger auf der Suche nach dem Ursprung des dunklen Volkes offenbar mehr Glück hatten. Falls unsere Informationen zutreffen, haben sie den dunklen Tempel erobert. Sie konnten das dunkle Volk aber nicht vernichtend schlagen. Wir müssen uns daher so schnell wie möglich zu den Wikingern durchkämpfen. Falls die Römer ebenso gut informiert sind wie wir, werden sie mit Sicherheit das Gleiche versuchen. Die letzte, entscheidende Schlacht rückt immer näher. Und kein Sturm, sei er noch so schrecklich, wird sich je mit ihr messen können. In dieser Völkerschlacht geht es um alles oder nichts. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Yippee! 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 Das war's für heute. 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 Yippie! 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 Yippie!